let's play call of duty 2 in der special edition mit dem danach gibt es ein vieler aus der normandie mit dem menschen und dem tag 7 dezember 1944 allierte einheiten überqueren die grenze zwischen belgen und deutschland sie treffen auf schweren widerstand nahe bergstein bei der kleinen stadt liegt ein hügel der den deutschen einen optimalen überblick über sämtliche einheiten in allen richtungen verschafft vernichtende artillerieschläge die von hier koordiniert werden sorgen für unzählige verluste bei den alliierten das zweite us-ranger-bataillon bereitet sich auf die einahme des hügels vor um den deutschen ihren vorteil zu nehmen ja hallo meine lieben freunde und willkommen zu einer neuen folge von let's play call of duty 2 in der special edition in der extra 2 version so also ich weise noch mal darauf hin nach diesem let's play den anhang also dass den wie log aus der normandie beziehungsweise eigentliche aus verdun anzuschauen den zweiten teil also viel spaß und stay tuned tschüssi 6. dezember 1944 12 uhr 30 bergstein deutschland heftiger reden sechs weiter geht es weiter auf den hügel den arsch abflieren vorher vertreiben wir die deutschen aus dem kleinen ort na bei mir bleiben ja chef ich bin dabei Gut. Ah, halt! Schmeißer. Meine absolute Lieblingswaffe bei dem Spiel. Wir brauchen Sperrfeuer! Auf ihn! Wir brauchen Sperrfeuer! Wir brauchen Sperrfeuer! Erdgeschoss! Amerikana! Im Erdgeschoss! Erdgeschoss! Auf der linken Seite! Mann am Boden! Oh! Das ist aber Glück gehabt! Ausgesichert! Weiter! Gut! Erdgeschoss! Manchmal ist er noch am letzten Zipfel! Noch einige Deutsche! Deutsche! ... ... ... Ich bin in der Dukki! Los! Deutsche Brust! Erste Schuss! Rechts! Ist er weiter! Ich bin in der Dukki! Erste Schuss! Ich muss nachladen! Ich muss nachladen! Ich bin in der Dukki! 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 Oben! Im obersten Stock! In dem Haus da! In der Dukki! Angriff! Angriff! Erste Schuss! Erdgeschoss! Links! Ich bin in der Dukki! Ich bin in der Dukki! Ich muss nachladen! Ich bin in der Dukki! Stimmt ja mit dir nicht. Nicht in diesem Ton, junger Mann. Nicht in diesem Ton. Man down, äh, house clear. So, da drüben noch. Ich bin direkt dahinter. Okay, dies ist aus, ist sicher. Group 1, neue Anders-Lass-Block-Armieren. Halt, du musst ja eben. So. Das ist dicht. Wir müssen jetzt nach Osten. Und los! Oh, lauf doch, Kerl. Deutsche Instatoren! Bei den Sandsäcken da! Bei uns! Neben den Sandsäcken! Bei den Sandsäcken! Wir müssen mal probieren! Vorwurf! Granathe! Befeuern, Männer! Hey, da weiß ich halt auch nie, wo noch einer lauert, hey. Ah, jetzt hat... Wohin, wohin? Ach da rum. Ah, okay. 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 Schönen Gruß aus Tennessee. Gute Arbeit. Jetzt nach Norden zu den feindlichen Mörsern. Okay. 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 I'm going to go. Hä? Okay. Ach, da kamen die raus, die Vierer. Todes Gaule, Gaule, Pferd. Ups. Whoa. Ha, Headshot, ja. Weiter geht's dem wilden Reigen. Worauf? Wärts mich vor uns. Ich brauch den Status der Halbkettenfahrzeuge im Nordwesten. Hier hören wir, wir sicher wieses Haus. Aufwandzeichen, Tür auftreten und Karnat rein. Bereit, jetzt. Eine Milz. An am Boden. Los, los, los. Los, es ist das nicht, wenn wir zurückfeuern. Ich hab einen, ich hab einen. Ich schieße diese Ziele. Euer Mörser, meine Kirche da. Erregt die Mörser. Wir müssen die Kirche sichern. Taylor, erledigen Sie. Okay, Chef. Bin bei. Komm mal da auf, du Schwein. Komm mal da auf, du. Mach das, Bumm. Mach, Bumm. Also gut, wir übernehmen die Kirche. Also gut, wir übernehmen die Kirche. Steuferi, da drüben, bei den Kisten. Bumm. So, die Kräste. So, weg. Hier der 5. Was alles wollen. Man das holen. Man das holen. Gäuze. Auf der nächsten Seite. Ergeschossen. Gäuze. Jägenab. So, jetzt sichern Sie die Kirche. War es ja irgendwie noch nicht, oder? So. So, nächste Herr, selbe Dame. Der Hügel nördlich ist voller Deutscher. Morgen früh gehen wir da hinauf und schalten sie aus. Druck drei, ausschweren! Ich will das Kaliber 30 hier drüben haben. Stellen Sie Wachen an der Kruzung auf! Durchsucht die Typen nach Entwurz! Macht die Flanke dicht! Private, überprüfen wir die Straß... Okay, also, danke fürs Zusehen und jetzt viel Spaß bei Let's Vlog aus der Normandie, beziehungsweise aus Wörter-Tand 2 und des Weiteren. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zusehen, Tschüßn! Let's Play Games Vlog Normandie 2015 Tschüßn! Bis zum nächsten Mal. 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 Let's play. Bis zum nächsten Mal.